So, liebe Leute, jetzt sind wir an den Cathedral Caves, immer noch in Norddeeland. Das sind Höhlensysteme direkt am Meer und sehr spektakulär, meine Damen und Herren, sehr spektakulär. Hier, mit großen Höhlen, wo man durchgehen kann, um dann mal wieder an sehr einsamen Stränden zu landen. Ja, was soll ich noch sagen, ne? Ist schon schön.